so meine lieben freunde ist mal wieder so weit und zwar startet der nächste stream outlast ist schon outlast kommt mit der angsthase auf tour horror vom feinsten mit facecam teil zwei am samstag um 20 uhr denkt man wieder so ein und denkt mal zwei drei stunden ich will das stream bis 22 23 uhr und ja die beim ersten teil schon dabei werden werden wissen was auf sie zukommt die beim zweiten jetzt reinschalten also was ihr so erwarten könnt ist ja sehr viel erschrecken lustige facecam ich habe mir jetzt auch eine neue webcam geholt das ist jetzt eine hd webcam ich werde die noch umtauschen habe momentan auch die hd 5000 werde mir aber eine von logitech holen weil die einfach besser sind weil die hd irgendwie probleme hat die da verdient da gehen die einstellungen dauernd weg aber gut das wird soviel erstmal nicht zum thema wie gesagt 20 20 uhr am am 7 dezember der samstag geht's wieder los mit einer weiteren runde outlast haut rein